Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema, aus Hindernissen werden Möglichkeiten. Wenn wir Hindernisse zu überwinden haben, kann Gott diese nutzen, um uns stärker zu machen. Jeder Verlust und jedes Hindernis kann ein Tor zu einer besseren Version von Ihnen sein. Bitten Sie Gott um Weisheit, die Möglichkeiten in Ihren Herausforderungen zu erkennen. Entdecken Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, die beste Stunde im Fernsehen.